Musik Moins in Youtube, ich bin's wieder, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Online-Part von Let's Play Mario Kart Wii So, es geht weiter mit einer vollen Gruppe und ja Diesmal ist auch ein Freund dabei, der BF Spyro und jo Endlich mal ein Freund, der mitspielt und er freut mich So, und ja, so viele Spieler nehmen mit, also nehmen gerade teil und finde ich schon cool Sollte auch sein bei so einem Part, ne, Online-Part Weil dann gibt's immer Action, Action, ne Das gefällt mir, also, muss öfters so kommen Aber nein Das ist halt, äh, Frage der Zeit, ne, also wann Und ja, da ist der Berufsbüro Spyro Oder wie ich denn aussprechen soll Weiß doch, und ja, komm, das ist ne Kackstrecke Das ist ne Anlackstrecke So typisch Und, oh, habt ihr das gesehen? Das ist so Anlack, ey Aber, komm, schlimmer als die Wolke, ey Oh mein Gott, so ein Opfer mit der Wolke So, okay Das ist ja, ähm, mit Yoshigad erfolgreich statt, also ja, 6. Wie sieht's aus, ey Und, ja, WFs, wo ist der denn? Okay, ist grad nicht Was soll's Es geht um mich Ich muss hier kämpfen, ey, um den Platz Das ist das Wichtigste, ja Und, jo, ich hab den echt schlecht benutzt Wow Wow, wow, okay, 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 ich hab Pussy Boah, was ist los? Läuft bei mir Läuft bei mir, ey Ja, komm, komm, komm Dritter kann man noch nicht mehr erwarten, ne Boah, ey, guck mal, hier sind auch Funkys direkt mittendrin, ey Ich glaub's nicht, ey Immer diese Funkys müssen vorn sein, ne Glaub's nicht Und, ja, ich bin Dritter, wie's aussieht Korrekt Und, ja, der Welfs Büro Der ist ja mit dem Donkey Kong unterwegs Und, ja, leider letzter Wie's aussieht Ja, also Ja, schade für ihn Also, ja, tut mir schon neid Wow Also, ich hab damit jetzt nicht gerechnet Aber doch, komm Das sind ja Leute, Pros Und, äh, ich würde grab mir das mal schnell Ich würde grab mir das mal schnell So, ich mach jetzt ein Foto Und ich sende das heute auf Facebook Und, nein, scheiße, zu spät Fuck, ich wollte das grad, äh, fotografieren Den Platz Scheiß drauf Dann geht's gleich weiter Mit ne Nächsten Strecke von GPA Bowsers Festung 3 In Spiegel Und, yo Los geht's Und Jetzt geht's weiter mit der Action, ne Und, yo Yo What? Okay, komm Ich bleib jetzt hochkonzentriert Das ist jetzt Eine harte Gruppe, ja Was? Der war doch vor mir gewesen Ey, diese Buchs, ne Wie ich die Buchs hasse, ey Also, ja Wir wollten nicht flaxen Wir wollten mich echt flaxen Und, oh Ähm, ja Ich muss vorsichtig sein, ey Die sind sonst gefährlich Und, wow Ich muss mal versuchen Mal den Stock da zu machen Ne, wenn ich Auch nen Pilz hätte Ja What? Ja, internet Ist ein Internet-Book Oder so Ey, what? Ey, die wollte mich rammen Diese Bitch, ey Ja Komm Könnten nichts besseres machen Ne, ich wollte nur trollen, ey Ne, komm So nicht So nicht Und Die wollen hier Alle angefasst werden Mit der Wolke oder was Und Jo Jo Oh, was ist mit, äh Spyro überhaupt los, ey Hat er keine Skills oder was? Also Ja, ich will jetzt nicht beleidigen oder so Aber Ich muss schon ein Zahn zudrücken, ne So Jo Ich bin ja auch nicht so nack Also Ich Bin ja am anchen Tag Auch so schlecht Und Jo Ist ehrlich so Und What, 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 what Jetzt bin ich vorsichtig Ja, ne Wolke Geht doch Läuft bei mir Ist klar Also Okay, okay Nein, 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 nein Shit Ach komm, der war so nah dran Das ist so unfair, das Spiel Ja, komm Mal, okay Wie ist ne Krankheit Guck mal, was ich jetzt für einen Platz hab, ey Boah Ich musste grad hier so ablosen, ey Und, ja Du bist echt ein Sniper Du bist echt ein Sniper, weißt du Ja, komm Ich kann nicht diese Lowstance machen, ey Ich bin so ein Lappen Und da ist ja Da ist der Spyro und Sorry Sorry Und Yo Ey Das glaub ich jetzt nicht Oh man Ja, ist Klar Ist klar Ist klar Ist klar Ist klar Geil Ciao Ciao Ja, ich bin Ja, ich bin Ja, ich bin Ja, ich bin